Meiner Erfahrung nach scheitert es bei den meisten Coaches eben nicht daran, dass sie zu wenig Skills haben oder dass sie die Expertise nicht hätten, sondern genau im Gegenteil, gerade weil sie so sehr daran interessiert sind, ihren Kunden wirklich weiterzuhelfen, haben sie oftmals negative Glaubenssätze oder negative Einstellungen gegenüber hohen Preisen, weil sie sich sagen, ich möchte meinen Kunden ja primär mal helfen. Es gibt drei Geheimnisse, die dich im Jahr 2024 als Coach wirklich nachhaltig erfolgreich machen. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, dir steht mehr Geld zu, du willst mehr Umsatz machen, du willst vielleicht aber auch mehr Leichtigkeit reinbekommen in dein Coaching-Business oder stehst vielleicht auch noch ganz am Anfang, möchtest dich gerade selbstständig machen und willst das Ganze einfach sofort im Jahr 2024 richtig und vernünftig angehen, so dass es dann wirklich auch nachhaltig und am besten für die nächsten Jahrzehnte funktioniert, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn ich will dir einfach meine drei größten Geheimnisse teilen, die ich jetzt aus den letzten Jahren mit über 1000 Coaches und Beratern, die wir schon begleiten durften und über 3 Millionen eigenen Followern, die wir auf Social Media nun selber aufgebaut haben, lernen durfte, die möchte ich in diesem Video mit dir teilen. Und Geheimnis Nummer 1, Weg Nummer 1, was du machen solltest, das sind Premium-Angebote zu entwickeln. Wir haben es ja alle schon mal gehört, ein gutes Angebot verkauft sich von alleine. Ja, ich würde dem nicht ganz so zustimmen, aber es gibt genau im Umkehrschluss natürlich auch viele Angebote, die sich eben nicht von alleine verkaufen und die einen enormen Aufwand benötigen, damit ich überhaupt mal ansatzweise auf einen grünen Zweig komme als Coach, also so, ja, mal mindestens fünfstellig im Monat verdiene. Und immer noch nutzen viel zu viele Coaches, ja, Tools wie 1 zu 1 Sitzungen, die ich mir buchen kann, also Einzelstunden, Online-Kurse oder versuchen sich an automatisierten, ja, E-Mail-Funnels, wo sie dann kleine Produkte verkaufen, irgendwelche Workbooks verkaufen, ja, und verdienen sich halt so ein paar Pennig dazu, aber kommen halt nie so richtig auf einen grünen Zweig. Und das Allerwichtigste, was du im Jahr 2024 erst mal sicherstellen musst, ist, dass du Premium-Angebote hast. Und meiner Erfahrung nach scheitert es bei den meisten Coaches eben nicht daran, dass sie zu wenig Skills haben oder dass sie die Expertise nicht hätten, sondern genau im Gegenteil, gerade weil sie so sehr daran interessiert sind, ihren Kunden wirklich weiterzuhelfen, haben sie oftmals negative Glaubenssätze oder negative, ja, Einstellungen gegenüber hohen Preisen, weil sie sich sagen, ich möchte meinen Kunden ja primär mal helfen und da muss ich jetzt auch nicht sonderlich viel Geld verdienen. Also das Helfen ist für sie wichtiger als Geld zu verdienen. Und hier ist es jetzt für mich erst mal ganz wichtig, dir mitzugeben, wie entsteht überhaupt Geld bzw. wie es funktioniert, besser gesagt, Geld. Denn Geld kann man nicht machen, ja, es gibt den Begriff, ich will Geld machen und dieser Begriff ist irreführend, denn Geld kann man nicht machen, außer du hast eine eigene Bank und eine riesen Druckerpresse, was für die meisten jetzt nicht zutrifft, sondern Geld kann man sich nur verdienen. Und verdienen hat es im Wort schon mit inbegriffen. Geld ist ein Tauschgeschäft, also ich bringe einen Wert und dafür erhalte ich Geld als Energieausgleich bzw. als Gegenwert. Also können wir Schlussfolgern, dass Verdienen um Dienen kommt. Und wenn du jetzt eben viel dienst und das tust du in der Regel als Coach oder Berater, weil du ein großes Problem für deine Kunden löst, also zum Beispiel dein Kunde hat Selbstzweifel oder hat Stress, steht kurz vorm Burnout, hat Beziehungsprobleme, hat gesundheitliche Probleme oder hat finanzielle Probleme und du löst dieses Problem, dann ist das doch nicht nur 100 Euro in einem Low-Budget-Kurs wert, ohne das despektierlich zu meinen, es ist einfach ein unfairer Energieausgleich dir gegenüber. Das heißt, es ist deine moralische Pflicht als Coach, wenn du einen großen Mehrwert lieferst und wenn du deinen Kunden wirklich fundamental hilfst, dass du dafür auch Premium-Preise verlangst, denn ein Premium-Angebot solltest du ihm nicht verramschen. Also du solltest wirklich schauen, im Jahr 2024, dass du solide Premium-Angebote zu einem angemessenen Preis verkaufst. Und das hat jetzt eben nicht nur den Vorteil, dass du deinen Kunden viel, viel besser helfen kannst, sondern wenn wir uns das mal ganz simpel ausrechnen, du möchtest zum Beispiel jetzt 10.000 Euro im Monat verdienen und wenn du ein 100-Euro-Produkt hast, dann musst du dieses 100-Euro-Produkt auch 100-mal verkaufen. Jeden Monat 100 Sales. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Paket hast für 2.500 Euro, was ein absolut fairer Preis ist und jeder Deutsche hat 2.500 Euro auf dem Konto, zumindest die Leute, die sich für Coachings grundsätzlich mal interessieren, dann musst du nur 4 verkaufen. Also was ist einfacher, 4 Sales machen oder 100 Sales machen? Natürlich sind 4 Sales viel, viel einfacher. Also du kannst deinem Kunden nicht nur besser helfen und mehr Geld verdienen, sondern du machst dir das Leben auch leichter und bekommst eben mehr Leichtigkeit und mehr Zeit zurück in deinen Alltag. Und genau da machen wir jetzt auch weiter mit Geheimnis Nummer 2. Und Weg Nummer 2, das ist ein sogenanntes holistisches Marketing- und Verkaufssystem. Denn nur ein gutes Angebot, wie gesagt, bringt dir jetzt alleine noch keine Kunden. Nur weil du ein Premium-Anbieter bist, wirst du nicht sofort automatisch Premium-Kunden anziehen. Du brauchst wirklich ein holistisches Konzept, was dir planbar und sicher Neukunden bringt. Also du musst wissen, was muss ich jeden Monat machen. Also ich mache A und bekomme dann am Schluss x Anzahl an Euro raus, also an Umsatz raus, wenn ich immer wieder diese Marketing- und Vertriebsaktivitäten mache. Und damit meine ich jetzt nicht, viel Geld in bezahlter Werbung zu verbrennen oder den ganzen Tag Altakquise zu machen, egal ob am Telefon oder über Social Media. Sondern du solltest wirklich einen organischen Social Media Ansatz wählen, mit dem du wirklich planbar immer wieder neue Follower gewinnst, Reichweite aufbaust und somit deine Kunden auf sympathische Art und Weise dann deine Angebote nahe bringen kannst und schlussendlich, wie gesagt, verkaufen kannst, um damit dann zu helfen und gleichzeitig natürlich auch ein profitables Coaching-Business zu führen. Und wenn wir doch mal wirklich ehrlich uns das anschauen, und da wirst du mir sicher zustimmen, dass wir im Jahr 2024 einfach keine Lust mehr haben, auf diesen Standardansatz, also auf dieses Standard 0815 verkaufen, ja, wo mich jemand dann im Erstgespräch oder einen virtuellen Kaffee reinlockt. Jeder hat heutzutage schon 30 Online-Kurse gekauft und mindestens 40, 50 virtuelle Kaffees gefüllt mit irgendwelchen Leuten über Instagram oder LinkedIn. Und die Menschen haben einfach keine Lust mehr drauf. Also wenn du wirklich, ja, erfolgreich werden willst im Jahr 2024 als Coach oder Berater, dann brauchst du ein holistisches und vor allem psychologisch fundiertes System, was dich dann auch unabhängig macht von Plattformen, von viralen Trends oder von der neuen Idee, die du entwickeln musst. Sondern wenn du weißt, wie Menschen ticken, wie deine Zielgruppe tickt, dann kannst du ihnen wirklich, ja, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wie ich es anfangs gesagt habe, gut helfen und damit dann auch gutes Geld verdienen. Und genau das schließt auch am letzten Punkt an, das ist Punkt 3, deine Kunden wirklich erfolgreich zu machen. Also wie viele Anbieter fallen dir auf Anhieb ein, die du vielleicht vor ein, zwei Jahren noch gesehen hast am deutschsprachigen Coaching- und Beratungsmarkt und die jetzt schon nicht mehr existieren. Ja, es gibt unglaublich viele, die mal ein, zwei Jahre erfolgreich sein können, aber diesen Erfolg nicht halten können. Ich vergleiche das gerne mit Kevin allein zu Hause. Und überleg doch mal, wie heißt denn eigentlich der Schauspieler von Kevin allein zu Hause? Ja, jeder guckt doch am Weihnachten diesen Film oder es ist ja fast schon Tradition in der westlichen Gesellschaft, jedes Weihnachten Kevin alleine zu Hause zu schauen. Aber weißt du, wie der Schauspieler heißt? Du kennst den kleinen Jungen, den Kevin? Erinnerst du dich an den Namen? Sehr wahrscheinlich nicht. Die wenigsten kennen den Namen. Ich habe diese Frage schon mindestens 500 Coaches und Beratern gestellt und davon wussten es vielleicht vier, fünf, kannten den Namen und ich weiß ihn selber nicht. Woran liegt das? Kevin alleine zu Hause ist ein One-Hit-Wonder. Das One-Hit-Wonder, das funktioniert, wird jedes Weihnachten dann wieder ausgestrahlt, aber der Schauspieler, der hat es langfristig nicht geschafft, weil er einmalig diesen Erfolg produzieren konnte, es aber nicht geschafft hat, ihn langfristig zu halten. Aber genauso gibt es natürlich auch in der Coaching-Bubble immer wieder Kevin alleine zu Hause ist, die es ein paar Jahre schaffen und dann in der Bedeutungslosigkeit wieder versinken. Und der Schlüssel, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, das sind erfolgreiche Kunden, Kundenstimmen, die wirklich öffentlich von dir berichten, die sagen, hey, du hast mich vorangebracht mit dem, hier wurde ich wirklich erfolgreich, schaut euch das an, das ist die beste Investition, die ihr tätigen könnt. Und genau davon haben wir mittlerweile über 60 Kunden, die das transparent so über uns sagen. Also schau einfach auf unserer Website, ich brauche dir gar nicht viel darüber erzählen, du kannst dir jeden einzelnen transparent anschauen und dir ein eigenes transparentes Bild davon verschaffen. Ja, also, wenn du jetzt im Jahr 2024 wirklich erfolgreich werden möchtest, als Coach mehr Leichtigkeit und mehr Geld in dein Business bringen willst, ja, dann brauchst du zunächst einmal ein Premium-Angebot, also du musst ein großes Problem lösen und dafür auch einen fairen Preis verlangen. Dann brauchst du ein holistisches Marketing- und Sales-System, also wir nennen das bei uns Holistic Neuroselling-System. Und dann brauchst du auch eine Leistungserbringung, die die Erfolge deiner Kunden schlussendlich dann wirklich auch sicherstellt, sodass sie immer wieder bei dir kaufen und dich weiterempfehlen und dir Videotestimonials aufnehmen. Ja, und wenn du das Ganze jetzt nicht komplett alleine umsetzen möchtest und sagst, okay, ich brauche einfach einen starken Partner im Rücken, der mich dabei unterstützt und der genau diesen Weg schon gegangen ist mit mehreren hundert Coaches und Beratern, dann trag dich sehr gerne ein für ein kostenloses Impulsgespräch. Wir besprechen das Ganze mit dir sehr, sehr gerne und helfen dir in dem Bereich kostenlos und unverbindlich weiter. Ja, wenn dir das Video jetzt weitergeholfen hat, dann lass gerne ein Like da, schreib auf jeden Fall auch in die Kommentare, welche Wege du 2024 gehen wirst, um dein Business voranzubringen. Welche Strategien hast du dir überlegt und worauf möchtest du für dich den Fokus legen? Schreib es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt zu sehen, welche Ansätze und Strategien es hier noch gibt. Ja, abonnier auf jeden Fall auf den Kanal. Es wird sehr, sehr viel Content geben die nächsten Wochen und Monate, die genau diese Themen behandeln, also Marketing, Sales und all das, was du brauchst, um als Coach wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Also abonniere jetzt den Kanal, aktiviere die Glocke und verpasse kein Content mehr in diesem Bereich. Bis dahin, bis im nächsten Video, dein Leo.